Guten Tag! Hey, alles gut? Ihr wisst, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss noch mega viel Greenlighten. To whom it may concern. Ich habe auch noch einen Call. Deswegen möchte ich, dass wir das Projekt ziemlich schnell pitchen. Alright? Markus, ich habe gehört, es ist ein Day Off. Wie war es? Du warst nicht. War super. Wo warst du? Ach, bist du in Saint-Tropez und Cannes in der Cousette? Konntest du, weil du kannst du easy relaxen mit der Familie. Nice, nice. Also ich hatte keinen Day Off. Ich bin total proaktiv und wir können direkt los starten. Das ist die Lead Generation, die ich mir vorstelle. Meine Freunde, ihr wollt mich überzeugen von dem Projekt? Ihr wollt, dass investiert wird? Dann packt mal die Titten auf den Tisch. Also, wir haben dann eine kleine Präsentation vorbereitet. Los geht's! Und, klickt das? Das ist die High Performance. Das ist nicht die Key Performance Indicators, die ich normalerweise an den Tag lege. Das ist on top. Okay, wenn die Performance... Also ganz ehrlich, was glaubt ihr eigentlich? Ich habe heute noch einen Call irgendwie. Ich muss noch so viele Sachen Greenlighten. Also, wenn die Performance nicht kickt... Ich gebe dir noch zwei Hits und dann ist es natürlich Oro. Dann haben wir das für dich. Stopp! Das ist wirklich High Performance. Da müssen wir uns gar nicht mehr committen. Das ist wirklich on top für diese Lachen. Das ist jetzt das Ballgame, ja? Das High Performance Ding, das ihr mir versprochen habt, ja? Und das soll ich Greenlighten. Habt ihr eigentlich mit dem Arsch offen? Also, wenn du absolut gar nicht Greenlighten willst, dann habe ich jetzt noch das hier für dich. Das ist es! Das wollte ich. Das werde ich euch Greenlighten. Und das ist maximale Performance. Ja! 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 Super Leveling. Da mussten wir deep denken die ganze Zeit. Ihr habt es ganz genau gewusst. Du hattest Lunch und hast drauf geschissen. Dein Hummer drauf geschissen. Du, Rotidin-Shakes gespritzt. So lange Zeit. Es hat was gemacht. Das ist Pitching, wie ich mir das vorstelle, Freunde. Das ist Ursus. Das zukunftsorientierte, multiperspektivische Entertainment Brand mit mehrdimensionalem Unterhaltungsfaktor und garantiertem Leveling im Top-Show-Business-Sektor. Spende 2.000 Euro für uns. Wir haben unser Leben lang gefüttert. Jetzt heißt es auch mal Melken. Und das checkt auch der letzte No-Brainer. Schesy zum Beispiel. Schönen Tag, Eure und der letzte No-Brainer. Schönen Tag. the Besserer. Schönen Tag. Schönen Tag.